Sie sagten, es sei das technologisch fortschrittlichste Schiff. Sie sagten, es sei unsinkbar. Und als es sank, machten sie einen Film darüber. Das sind die Hauptgründe, warum der Untergang der Titanic weltberühmt wurde. Es gibt aber auch andere große Schiffsunglücke, die weitaus schlimmer waren als die Tragödie der Titanic und die leider oft in Vergessenheit geraten. Eines davon ereignete sich am 27. April 1865. Das Dampfschiff Sultana beförderte täglich Passagiere und Fracht zwischen St. Louis und New Orleans. Das massive Holzschiff war 80 Meter lang und 20 Meter breit, fast doppelt so groß wie ein Basketballfeld. Das Schiff konnte etwa 350 Passagiere befördern, aber an diesem Tag waren tragischerweise mehr als 2000 Menschen an Bord. Am 23. April befand sich das Schiff auf einer Routinefahrt von New Orleans, als das Schiff wegen eines Kesselschadens zur Reparatur in Vicksburg anlegen musste. Während das Schiff im Hafen lag, bot sich dem Kapitän James Cass Mason die Gelegenheit, durch den Transport einer großen Gruppe ehemaliger Häftlinge nach Norden eine beträchtliche Summe Geld zu verdienen. Er war bereit, die Aufgabe zu übernehmen, aber die Reparatur des Kessels nahm viel Zeit in Anspruch. Aus Angst, seine Konkurrenten könnten ihm den Job wegnehmen, beschloss Mason, trotz der Schäden am Schiff weiterzufahren. Statt den Kessel vom Grund auf zu reparieren, stopfte er nur die Löcher und lud die gesamte Gruppe der ehemaligen Häftlinge an Bord. Es gab also einen defekten Kessel, zu viele Passagiere, zu wenig Rettungsboote und nicht die besten Flussbedingungen. Außerdem verweigerte der Kapitän den ehemaligen Häftlingen den Zugang zum Laderaum, sodass sie mit den anderen Passagieren zusammenbleiben mussten. Die Gefahr eines Schiffsbruchs war groß, aber die Gier nach mehr Geld war stärker. Die Sultana begann ihre Reise und fuhr zwei Tage flussaufwärts. Während dieser Zeit ereignete sich eine der größten Überschwemmungen des Mississippi. Der Fluss trat über die Ufer und der Wasserspiegel stieg um mehrere Meter. Die Bäume am Ufer waren völlig verschwunden, nur die Wipfel ragten noch aus dem Wasser. Das Schiff kämpfte gegen die starke Strömung an, die den Kessel stark beanspruchte. Am Abend des 26. April erreichte die Sultana schließlich Memphis, Tennessee, wo sie mit weiteren 120 Tonnen Zucker und 200 Passagieren beladen wurde. Das Schiff wurde unglaublich schwer. Gegen Mitternacht setzte die Sultana ihre gefährliche Reise fort, während der Kapitän zu den Lastcannon fuhr, um Kohle zu laden. Um ein Uhr morgens legte die Sultana ab und nur eine Stunde später explodierte plötzlich der beschädigte Kessel, der der Belastung nicht mehr standhalten konnte. Zum Zeitpunkt der Explosion befand sich die Sultana nur elf Kilometer nördlich von Memphis. Nur wenige Menschen überlebten das Unglück. Ein großes Problem war, dass einige Passagiere versuchten, dem Feuer zu entkommen, indem sie in den kalten, reißenden Fluss sprangen. Die Sultana-Katastrophe gilt als das schlimmste Schiffsunglück in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute unbekannt und die Schätzungen schwanken je nach Quelle zwischen 961 und 1800. Kein Wunder, dass kaum jemand diese Geschichte kennt. Bei der Titanic-Tragödie gab es viel mehr Überlebende und jeder hat davon gehört. Aber die Sultana sank während eines spektakulären Ereignisses. Die Katastrophe ereignete sich nur zwölf Tage nach dem Tod von Präsident Abraham Lincoln. Die Menschen waren noch in Trauer und hatten sich von dieser Nachricht noch nicht erholt. Aus diesem Grund wurde der Sultana-Tragödie wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In jüngster Zeit haben sich zahlreiche Katastrophen ereignet, die historisch gesehen noch gar nicht so lange zurückliegen. Ein Beispiel ist der Untergang der senegalesischen Fähre Le Joula im Jahr 2002. Die Le Joula beförderte zweimal wöchentlich hauptsächlich Passagiere entlang der Küste von Dakar, die mit Mangos und Palmöl handelten. Dank ihrer modernen Rettungsausrüstung und eines effizienten Reparaturdienstes war sie täglich im Einsatz und hatte nie ernsthafte Probleme. Eines Tages stellte die Besatzung fest, dass das Schiff defekt war und beschloss es in den Hafen zu bringen. Fast ein Jahr lang lag die Le Joula dann still und wartete auf die Reparaturen. Aber sie bekam keinen guten Service. Nach der schlechten Wartung trat die Fähre ihre letzte Reise an. Am 26. September 2002 war die Le Joula auf dem Weg vom südlichen Senegal nach Dakar und nahm gegen 23 Uhr Kurs auf Gambia, als ein häptiger Sturm aufkam. Obwohl der Wind hohe Wellen verursachte, war dies für das große Passagierschiff nicht kritisch, solange die Anzahl der Passagiere an Bord die festgelegte Norm nicht überschritt. Die Le Joula war für etwa 500 Passagiere ausgelegt, aber an diesem Tag waren viel mehr Menschen an Bord. Das Schiff geriet durch Überladung, unzureichende Reparaturen und einen heftigen Sturm in große Schwierigkeiten. Der Hauptgrund für den Untergang war jedoch, dass die Le Joula ausschließlich für Küstengewässer konzipiert war und an diesem Tag weit von der Küste entfernt fuhr. Als das Schiff in hohe Wellen geriet, schaukelte es sich auf und kenterte schließlich. Das Deck des Schiffes sank und der untere Teil ragte wie ein Eisberg aus dem Wasser. Die Passagiere in den Kabinen wurden von der plötzlichen Bewegung überrascht und verloren die Orientierung im Raum. Trotz des Kenterns ließ der Rumpf des Schiffes keine Löcher oder Beschädigungen auf und die unteren Decks standen über einen längeren Zeitraum unter Wasser. Das Schiff lag mehrere Stunden in Schräglage, bevor es zu sinken begann, als Wasser durch das Deck und den Laderaum eindrang. Obwohl das Meer warm war, kam den Passagieren niemand zur Hilfe. Die Menschen mussten fast vier Tage warten, bis sie gerettet wurden. Leider überlebten nur wenige. Die Philippinen gelten als sehr gefährliches Segelrevier mit tausenden von Inseln und flachen Gewässern. Schiffe können auf Riffe und Untiefen auflaufen und den Rumpf beschädigen. Eine der schlimmsten Schiffskatastrophen ereignete sich hier am 20. September 1987. Die philippinische Passagierfähre Dona Paz war auf dem Weg von einer Insel nach Manila. Das Wetter war sonnig, die See ruhig und die Sicht gut. Trotzdem bemerkte die Besatzung den sich nähernden Tanker Vector nicht. Die beiden Schiffe kollidierten mit geringer Geschwindigkeit, was an sich keine schwere Kollision war. Das Problem war jedoch, dass die Vector Tonnen von Öl an Bord hatte und die Dona Paz den Laderaum rammte, in dem das Öl gelagert war. Das Öl lief aus und ein Funke entzündete es. Beide Schiffe fingen Feuer und liefen voll Wasser. Innerhalb von Sekunden gingen sie unter. Nur wenige Dutzend Menschen überlebten die Katastrophe. Am 27. September 1854 befand sich der Passagierdampfer Arctic auf dem Weg von Liverpool nach New York, als Nebel aufzog und die Sicht stark einschränkte. Aus dem dichten weißen Nebel tauchte plötzlich der französische Dampfer Vector auf. Die Schiffe kamen sich so nahe, dass ein Zusammenstoß unvermeidlich war. Da das französische Schiff kleiner war, ging der Kapitän der Arktik davon aus, dass die Vector schwer beschädigt war. Während er das andere Schiff beobachtete, lief sein eigenes Schiff schnell voll Wasser. Der Kapitän gab den Befehl, so schnell wie möglich zur Küste zu segeln, aber die Maschinen des Schiffes fielen wegen der Flut aus. Die Besatzung begann daraufhin, Rettungsboote mit Frauen und Kindern zu Wasser zu lassen. Als die Rettungsmannschaften die Boote mit den Überlebenden fanden, stellte sich heraus, dass von den 400 Menschen an Bord nur 87 überlebt hatten, 65 Besatzungsmitglieder und 22 Passagiere. Erstaunlicherweise waren nur erwachsene Männer unter den Überlebenden. Der Kapitän überlebte, indem er sich an das Drack klammerte. Als eine der schlimmsten und beschärmendsten Tragödien in der Geschichte der Seefahrt ging diese Geschichte durch alle Zeitungen. Die Überlebenden wurden beschuldigt, Frauen und Kinder nicht gerettet zu haben. Und die Besatzungsmitglieder wurden beschuldigt, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, da die Sicherheit der Passagiere Vorrang vor der Sicherheit der Seeleute habe. Dennoch wurde niemand zur Verantwortung gezogen. Trotz moderner Navigationssysteme und Radaranlagen ereignen sich leider auch heute noch Schiffsunglücke, wenn auch nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit. Keine Technologie kann jedoch vor unvorhergesehenen Ereignissen wie schweren Stürmen oder anderen Notfällen schützen.